Over the Saints beginnt mit drei Viertelnoten und dann einer langen Vierschlagnote mit einer drangebundenen Viertel, also eine Fünfschlagnote. Das geht dann so. Eins, zwei, drei, vier, eins. Eins, zwei, drei, vier, eins. Eins, zwei, drei, vier, eins. Einmal zu mitspielen von vorne und eins, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, eins, drei, vier, fünf. Eins, drei, vier, fünf. Drei, eins, drei, zwei. Und nochmal von vorne. Oh, when the Saints, zwei, drei, vier, eins. Go marching in. Oh, when the Saints go marching in. Gut, ich spiele weiter in Tag, auf Tag zu Tag 9. Zum Mitspielen ab der dritten Linie der zweite Ton, I want to be, ab I, fängt an der dritte Finger auf E. Und, drei, drei, zwei, eins. Eins, drei, fünf, fünf, vier. Und nochmal. Drei, drei, zwei, eins. Eins, drei, fünf, fünf, vier. Ich spiele die letzte Zeile. Vier, drei, vier, fünf, drei, eins, zwei, eins. Nochmal die letzte Zeile zum Mitspielen. Vier, drei, vier, fünf, drei, eins, zwei, eins. Ich spiele von ganz vorne. Ihr klopft mit der linken Hand die halben Noten mit oder klatscht in die Hände. Und ich spiele die Melodie in der rechten Hand. Eins, zwei, drei, vier. Mitklopfen. Eins, zwei, drei, vier. Weiter machen. Und ich spiele die letzte Zeile. gut gemacht wenn das klappt mit der rechten hand dann spielt ihr jetzt die akkorde ich wiederhole nochmal es kommt vor der c akkord am ende der zweiten zeile der b7 unter einer stelle am ende der dritten zeile einmal der f akkord es geht los ihr spielt die akkorde die sieben F C G7 C Wir machen es gleich nochmal. Ihr spielt nur Akkorde. C Akkord, C G7 C F C G7 Und C Wenn ihr euch sicher fühlt, dann spielt mit beiden Händen. Wir machen es einmal miteinander und nehmen ein langsameres Tempo. Linke Hand C Akkord, rechte Hand der Daumen liegt auf C. Und C E F C Akkord Rechts C E F E C E F E E C Jetzt links G7 Rechts D E E E D C Akkord Achtung, jetzt kommt der F Akkord E F F E C Akkord E 7 C Prima gemacht. Schaltet auf Pause und spielt es einige Male für euch in langsamem Tempo, bis ihr euch sicher fühlt. So, das war O When the Saints Go Marching In und es hört sich mit den Akkorden auch schon ganz flott an. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, der eine oder andere spielt es nach und ich sage Tschüss, bis zur nächsten Musikstunde. Es hat sich mit den, bis zum Glück an 1.0, 2.0, 3.0, 3.0, 3.0. 1.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 5.0, 5.0, 6.0, 6.0, 5.0, 5.0, 6.0, 5.0. UM Was